Kreuzbandriss, Meniskus und Co. Was sollte eigentlich ein richtig guter Trainingsplan beinhalten, beziehungsweise worauf ist eigentlich zu achten, wenn man so einen Trainingsplan erstellt? All das und vielleicht auch noch ein bisschen mehr erfährst du in diesem Video. Und zwar werde ich jetzt Steffen einfach dazu mal ein paar Fragen stellen, weil ich habe hier den Experten direkt neben mir sitzen. Steffen, lass uns doch mal anfangen. Wenn wir über Trainingsplan reden, was enthält eigentlich ein Trainingsplan, der jemand zum Ziel führt, letztendlich wieder das Knie aufzubauen? Als allererstes muss man sich ja die Frage stellen, wie ist die Zielstellung? Wo möchte jemand hin? Und möchte jemand im Alltag rein? Möchte jemand einfach nur spazieren gehen können? Möchte jemand mit dem Fahrrad fahren? Möchte jemand einen Berg überqueren? Will jemand in den Sportart zurück? Das sind alles schon mal die ersten Kernpunkte, die wir wissen müssen, um zu planen und zu schauen, wie weit oder was muss der Plan beinhalten? Das ist das Erste. Aber bevor wir dazu endlich kommen, ist es eigentlich im allerersten Schritt mal wichtig, die Alltagsbewegung wieder herzustellen. Das ist mal das Wichtigste. Aber der erste Schritt ist erstmal die Testung. Das heißt, wir testen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und an diesen einzelnen Testungen machen wir unseren Plan aus. Das heißt, wir schauen, kann er die Treppe hochgehen? Kann er bestimmte Funktionsbewegungen, wie auf einem Bein stehen? Oder auf Zehenspitzen auf einem Bein stehen? Kann er es belasten? Funktioniert bestimmte andere Sachen? Und an dieser Kriterien können wir feststellen, okay, was planen wir ein? Welche Parameter brauchen wir? Müssen wir schnell arbeiten? Müssen wir mit langsamen Bewegungsgeschwindigkeiten arbeiten? Müssen wir mit Gewicht arbeiten? Müssen wir ohne Gewicht arbeiten? Müssen wir schnell arbeiten? Brauchen wir Schnellkraftübungen? Das ist ein riesen komplexes Thema. Ich glaube, daran merkt man ja jetzt schon, so wie du anfängst, dass ein Trainingsplan, also das, was ja viele vielleicht mit einem Trainingsplan verbinden, okay, da gibt es eine Übung, dann gibt es noch eine Übung und dann gibt es irgendwie, ich weiß nicht, macht man das zehnmal, drei Durchgänge und dann so ein bisschen aufeinander aufgebaut und dann, das ist ja eigentlich der Trainingsplan. Aber jetzt hast du ja schon, jetzt hast du ja... Was mir dazu immer einfällt ist, ich wurde immer früher gefragt von vielen Freunden von mir, mach mal bitte schnell einen Trainingsplan. Da hört schon auf, weil schnell geht das nicht. Also das ist ganz klar, das geht nicht, weil ich kann nicht schnell einen Trainingsplan erstellen, weil das ist das Komplex, wie du schon festgestellt hast. Ja, und hier sind wir natürlich auch beim Punkt, wenn wir jetzt mal wirklich reingehen und sagen, okay, was enthält denn ein Trainingsplan? Du hast jetzt ja schon so ein bisschen gesagt, wie du überhaupt auf die Inhalte kommst. Ich sehe, da können wir ja auch nochmal ein separates Video machen zu, aber was sollte denn überhaupt so ein Trainingsplan enthalten? Also ich glaube, Übung, Wiederholungszahl, Satzzahl, das habe ich schon gesagt. Was braucht es noch? Die Frequenz, das heißt, wir brauchen die Frequenz, wie oft in der Woche kann der bestimmte Übungen durchführen, weil es gibt eine bestimmte Satzzahl in der Woche, die beschreiben, ist es effektiv oder nicht. Das heißt, wir können halt, wir können jeden Tag Übungen machen, rein theoretisch. Und was aber auch häufig kommt, die Frage, kann ich das jeden Tag machen? Und ab einem bestimmten Punkt hat man davon, von dem Mehr nicht Mehrwert oder keinen Mehrwert. Das heißt, in dem Fall heißt nicht, viel hilft viel, sondern im Gegenteil. Man zieht daraus nicht mehr Nutzen, sondern läuft in der Gefahr, oder Gefahr besteht, dass einfach die Strukturen überbelastet werden und durch den fehlenden Regulationsprozess der Aufbau behindert wird. Also wir müssen genau herausfinden, wie viel Grenz brauchen wir, wie viel... Also es gibt sozusagen, darf ich nur einmal einhaken, das heißt, es gibt so, sage ich jetzt mal, je nach Verletzungsbild und Leistungsfähigkeit und so weiter, gibt es praktisch eine Zielgröße in einem Trainingsplan. Also Leistungsfähigkeit. Und dann muss ich halt gucken, was für Möglichkeiten hat der Trainierende. Hat er die Möglichkeit, zweimal zu trainieren? Hat er drei-, viermal die Woche? Und dann suche ich sozusagen die ideale Frequenz, ist das richtig? Genau. Für diese Person letztendlich erstmal übergeordnet raus. Genau. Also ich gucke halt, kann er zweimal trainieren? Kann er einmal bloß trainieren? Kann er dreimal trainieren? Wenn wir jetzt rein nur von der Kraft ausgehen, also vom Kraftaufbau, dann könnte man mal einmal rein kritisch anfangen und könnte überlegen, okay, er braucht so und zu viele Sätze in der Woche, also muss ich ihm so und zu viele Sätze in diesen Plan rein erstellen. Ob es denn sinnvoll ist, ist die zweite Frage. Okay. Weil wir ja ein Ziel haben, wir wollen Bewegungsformen trainieren. Wenn wir Bewegungsformen trainieren möchten, ist es sinnvoller, sie öfter zu trainieren in der Woche. Und von daher ist unsere Tendenz immer zwischen zwei, eher drei Einheiten in der Woche, mindestens für Haupttrainings-Einheiten, um dort auch genügend Wiederholungen pro Woche reinzubekommen. Also wahrscheinlich auch vom Nervensystem her, Bewegungsschleifen. Genau, vom Nervensystem, um halt diese Bewegung einfach zu lernen. Das ist halt das Wichtige an der Geschichte. Okay, und so ein Haupttraining geht ja mal mindestens 45 Minuten wahrscheinlich, oder? Ja, mindestens. Also schon Richtung 60, 45, 60, teilweise 70, je nachdem. Das steht auch wieder an, er haut davon ab, wie belastbar ist die Struktur, was kann derjenige, wie stark möchte derjenige trainieren. Das sind halt viele verschiedene Parameter. Also Themen, die jetzt, sag ich jetzt mal, in so einer klassischen Physiotherapie gar nicht abgedeckt werden kann wahrscheinlich, ne? Also alleine vom Umfang her sehr schwer abgedeckt werden kann. Selbst wenn man jetzt wüsste, welche Übungen und so weiter stattfinden sollen. Also alleine vom zeitlichen her. Ja, vom klassischen zeitlichen nicht, weil der Therapeuter hat die Chance, in 20 Minuten das reinzupacken, was wir in 60, 70 Minuten reinpacken können. Auch an der Planung her. Also klar, der Therapeuter hat die Chance. Allein die Zeit für die Planung, ne? Also genau, der Therapeuter hat die Chance, er kann eine Ananese machen, er lernt denjenigen kennen, bekommt eine Idee, was er braucht, kann die ersten ein, zwei Übungen rausgeben, dann kommt er nach zwei, drei Tagen wieder, wenn er Glück hat, wenn nicht sogar nächste Woche erst, und dann kann er erst weitermachen. Und alleine die Zeit zu der Planung übertrifft schon alleine ein Rezept von 6, 20 Minuten. Das kann man schon mal von rein sagen. Und ich glaube, was auch ganz wichtig zu verstehen ist, wenn wir über Trainingsplanung reden, was Trainingsplanung enthält, es ist immer sehr unterschiedlich. Also es ist ja wirklich sehr stark Personen, Beschwerdebild, Funktions-, Leistungsfähigkeit. Nicht unbedingt, da muss ich dir widersprechen, weil gerade diese Übungen, die dazu dienen, jemanden in den Alltag wieder zu integrieren, ähneln sich oft, sind oft die gleichen. Das ist halt wichtig, aber die Parameter dazu, das ist unterschiedlich. Das war eigentlich auch... Das ist wichtig, die Parameter dazu, also die Übungen werden relativ gleich sein. Klar, man wird immer wieder individuell ein paar Sachen austauschen, aber die Frequenz, die Tempoangaben, plus halt die Wiederholungszahlen, die werden unterschiedlich sein. Das ist ja fast so, sag ich jetzt mal, wenn wir über ein Premium-Auto reden, ja, es durchläuft sozusagen am Fließband ähnliche Schritte, aber das, was ins Auto reingepackt wird, ist unterschiedlich. Also einmal ist das Leder schwarz und das ist braun. Wenn man es genau... So könnte man sagen, wobei wahrscheinlich auch die Verweildauer in der jeweiligen Stufe natürlich ganz unterschiedlich sind. Also das heißt, zusammengefasst, es gibt eine gewisse Struktur, ganz klar Kriterien, die letztendlich für jeden sehr, sehr ähnlich sind, zu durchlaufen, aber ich mache mal das Beispiel im Beratungsgespräch sehr gerne. Es gibt halt einen Rahmen, der ist vorgegeben und in diesem Rahmen wird ein individuelles Bild gemalt letztendlich. So finde ich es eigentlich mit am verständlichsten. Okay, das heißt, wenn wir über Trainingsplan reden, es ist jetzt für einen Laien relativ schwierig wahrscheinlich, dass dann, also allein von dem, was du jetzt erzählt hast, einen nahezu unmöglichen guten Trainingsplan zu erstellen, auch wenn er jetzt irgendwie die Top-5-Videos recherchiert, nach einem Kreuzbandriss und so weiter, dann ist die Übung an sich gar nicht das, was ihn zwingend zum Ziel führt, sondern es ist nur ein kleiner Teil des Ganzen, richtig? Ja, man muss vor allem auch rausfinden, was hilft denn überhaupt im Moment. Es bringt ja nichts, sich einfach mal drei, vier, fünf Übungen aus dem Netz rauszuziehen und dann die nachzuvollziehen oder nachzutrainieren, weil das ist ja relativ easy. Das Wichtige dabei ist aber eigentlich herauszufinden, wo sind meine Defizite und die dann gezielt zu trainieren. Zum Beispiel kann ich eine bestimmte Bewegung nicht ansteuern, bringt es das nicht, einfach eins zu eins dort zu trainieren, sondern du musst bestimmte Parameter einhalten, wie zum Beispiel einfach die Bewegung richtig langsam exzentrisch abbremsen zu lassen. Das ist ein kleines Beispiel. Viele gehen da einfach rein und, nur ein Beispiel, viele kennen das, man will sich mit einem Bein hinsetzen und man nimmt sich in der Sitzhöhe und fällt die letzten 20 Zentimeter einfach so klark runter. Wenn man es immer wieder so macht, kann man es noch 10.000 Mal üben, das wird das Nervensystem nicht kapieren. Aber wenn man es schafft, etwas höher zu gehen, vielleicht sogar sich ein bisschen festzuhalten und dann langsam dort runter zu gehen, dann wird aber das Nervensystem begreifen, was es dort machen muss. Das sind so kleine Feinheiten, die wichtig sind, wenn man so etwas sich beachtet, kann man eine Übung noch 10.000 Mal üben, das wird dann nicht besser. Okay, ich sage mal so, ich fasse gerne nochmal zusammen, was ich rausgehört habe. Ein Trainingsplan ist eigentlich eine komplexe Sache. Also aus Übungen, Frequenzen, wie damit zusammenhängt, Wiederholungen, Intensitäten, Funktionsfähigkeit, also welche Kriterien erfüllst du schon, welche Kriterien erfüllst du nicht. Und vor allem Belastungsfähigkeit. Belastungsfähigkeit, ja. Ja, und wenn du jetzt sagst, okay, das heißt, ich brauche vielleicht professionelle Unterstützung, also du hast auch jetzt für dich den Impuls, dass du sagst, okay, klingt irgendwie spannend, die Themen, die ihr hier angerissen habt und ich möchte gerne nochmal wissen, wie das Ganze für mich funktionieren kann, damit ich eben Schritt für Schritt mehr Funktionsfähigkeit aufbaue, also je nachdem, wo du gerade steckst, also ob du noch, sag ich jetzt mal, Probleme hast, überhaupt vernünftig sauber zu gehen nach dem Kreuzbandriss oder ob du prinzipiell alltagsfähig bist, aber Probleme hast, in die Sportlichkeit reinzugehen. Also sag jetzt mal, du hast das Ziel, zum Beispiel Joggen zu gehen, hast schon mal Joggingversuche gemacht und hast gemerkt, das funktioniert noch alles nicht so richtig, dann lade ich dich auf jeden Fall mal ein, mit uns ein kostenloses Beratungsgespräch zu machen, weil dort gehen wir einfach nochmal gemeinsam rein und schauen, was könnte für dich der ideale Weg sein und wenn sich das dann gut für dich anfühlt, dann sehen wir uns bald vielleicht auch schon wirklich im Rahmen einer Zusammenarbeit und wie gesagt, wenn es spannend für dich ist, geh einfach mal auf www.knieathletics.de und sichere dir deinen Termin für ein Beratungsgespräch. Ich freue mich auf dich oder besser gesagt, wir freuen uns auf dich.